Das Erste, was ich mich erinnere, wenn ich seinen Namen höre, das sind seine Bilder. Karl-Adolf Lobscher zu erfassen als Person ist gar nicht so einfach. Er hat mir Mut gemacht. Ja, er hat mir eigentlich Mut gemacht. Von Naturschutz oder Tierschutz hat man in diesen Jahren nicht geredet. Das war inexistent. Er war seit der Zeit mindestens 50 Jahre vor uns.